Ja, au Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier, wir spielen heute dicke Hose, weil ich hab einfach dicke Hose und ich dachte, wir spielen direkt, Leute, wir gönnen uns 30 Lose, die kosten nur 75 Cent, ne warte, wir spielen 40, weil, ja genau, 40 Lose machen wir, wir klicken vorher mal auf die Gewinnwahrscheinlichkeit, wir wollen einfach mal gucken, was sagt Tipp24 uns da, 1 zu 5, 1 zu 10, 1 zu 25, also wir müssten auf jeden Fall 3 Gewinne, sollten wir rein theoretisch auf jeden Fall mitnehmen, wir gucken auf jeden Fall mal, wie es aussieht hier, Freirubbeln, 1 Euro, oh, 20 Euro, 1 Euro und 75 Cent und 5 Euro und 10 Euro, nein, leider nicht, okay, einer geht auf jeden Fall schon mal nicht, direkt bezahlen und spielen, das ist der zweite, ich muss mir mal, irgendwie sollte ich mir das aufschreiben, obwohl 2 kann ich mir, glaube ich, gerade noch so merken, aber ich mach hier einfach mal so eine kleine Tabelle, das ist jetzt der zweite, okay, Freirubbeln, 20 Euro, so, 250, nochmal 20, 250, 500 und, ah, es ist die 0,75, leider, leider nicht, so, direkt den dritten hinterher hier kommen und direkt den nächsten Strich, das sind 1 Euro und, oh, es wird knapp, es wird eng, oh, 10.000, das wäre natürlich, das wäre natürlich nice hier, 75, 20, 20 und, ah, ich dachte, ich hatte kurzes Gefühl, da, da kommt die 20, aber, nee, nee, so viel Glück haben wir nicht, so, das ist der vierte, das heißt, mit dem nächsten sollten wir gewinnen, 2,50, 1 Euro, 20 Euro, 10.000 Euro, 20 Euro, ah, 100 Euro, schade, 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 okay, so, jetzt kommt der fünfte, so, jetzt müssten wir gewinnen und zwar die 10.000, die sehen gut aus, 10, 1, 2,50, 20, ja, scheißegal, was wir kriegen, leider nicht, leider nicht, Leute, da kommt gerade ein richtig lautes Auto lang, deswegen muss ich lauter sprechen, so, der sechste, 2,50, 10, ich dachte gerade 0, hä, 100, 500, das heißt, jetzt müssen aus 2, also, das muss schon mal was sein, was hier steht, nee, leider nicht, also auch wieder kein Sieg, der sechste in Folge, der nicht gewinnt, so, und bezahlen in Spielen, und jetzt rubbeln wir hier die dicke Hose frei mit 20, 575, 1 Euro, 1 Euro, ah, nicht mal ein Euro gönnt uns das Spiel, und da wird direkt der nächste hinterher geschossen, der achte jetzt, der achte, meine Freunde, wir hätten eigentlich schon lange gewinnen müssen, laut dem Spiel, aber naja, oh, sind das die 75 Cent, meine Freunde, sind das die 75 Cent, nee, nicht mal 75 Cent gönnt uns dieses Spiel, gerade, what the fuck, alter, krass, so, dicke Hose, hier, komm, auf geht's, die 1 Euro haben wir, die 75 Cent haben wir, und das sind auf geht's, die 1 Euro haben wir, die 45 Cent haben wir abonniert, die una dritte, ich meineоме, und da haben uns das, die 100 Anda geholfen, die Similarenern, die das, die 96 Cent und zwar nur die 45 Centen, aber keinerado企画, nur für das über 120 120 Euro haben wir, die 75 Cent homem, jetzt sage nagyon nur bei m Cuttern sowie das, Ausatmen, die 1 Euro haben wir es von uns das umgeben dabblühen, was die 2 Euro haben wir nicht alleчно, bis weiter gesagt haben, wie immer mehr als ein paar, mit dabei sind liebe, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.